Und wir waren gerade im Wald, da war ein richtig fettes Feuer. Chris hat das auch auf der Kamera. Wie kann man so krank sein, wenn es so warm und trocken ist, einfach ein Feuer im Wald zu legen? Oh, ich wäre fast auf das Geländer geklatscht. Ich glaube, da werde ich bis ins Nirvana gepustet. Ach, scheiße. Hallo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Leute, ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Ich bin gerade ein bisschen am Suranfahren mit Chris, hatte aus Zufall meine Kamera dabei. Und wir waren gerade im Wald, da war ein richtig fettes Feuer. Chris hat das auch auf der Kamera. Oh mein Gott, war das ein fettes Feuer. Oh Leute, ihr seht die Circles mit dem Ding packen auf jeden Fall. Die gehen langsam. Grüß dich erstmal. Was für ein random Video starten. Ich hoffe, man sieht es auf deinem Video, wie dieses Feuer brennt, Leute. Also geisteskrank im Wald, so ein riesiger Holzhaufen einfach. Ich dachte gerade, ich habe es hier reden gehört. Haben sie die ganz sicher nach da vorne bestellt oder hier zum Restaurant? Ähm, eigentlich direkt hier hoch. Ich habe es halt am Ausführung quasi hier vorbei, wo man vorne am Aussicht sieht. Weil wir stehen jetzt an der Gabelung, dann fahren wir einfach ganz runter an die Straße. Ja, okay, perfekt. Dank für euch. Jo. Leute, ihr habt es gesehen, das Feuer. Verrückte Scheiße, Alter. Wer zündet so einen Haufen Holz an? Ich hoffe, Feuer wäre jetzt gleich da, weil das wird ja immer größer, das Feuer auch. Einsatzwagen nach Einsatzwagen. Wir haben Willi hinterher machen, ne? Wir sind ein Teil der Kolonne. Wir sind ein Teil der Kolonne. Ja, ne? Aber welcher Feuer umschluss bei dem Wetter, Alter, bei dem Wetter, wenn irgendwas was passieren kann? Check auch nicht. Das muss ja auch mit irgendeinem richtig dicken Brandbeschleuniger gemacht worden sein. Leute, was ein verrückter Tag. Feuer ist schon gelöscht. Krass, krass, krass. Ich hoffe, ihr könnt was sehen, Leute. Leute, wir machen jetzt das, was wir eigentlich machen wollten. Wir fahren Suron. Leute, ich muss mir so ein Ding hier zulegen. Das macht so Laune, ne? Mir ist was ins Auge geflogen. Hier, so ein Baumstamm. So ein Baumstammhaufen war das. Einfach angezündet. Wie kann man so krank sein, wenn es so warm und trocken ist, einfach ein Feuer im Wald zu legen? Die typischen Jugendlichen, die abends immer saufen und so fahren, weißt du? So langsam gehen die Wheelies echt. So langsam gehen sie echt klar. Oh, der ganze Staub, ne? Chris, gönnt euch die View, Leute. Urban. Die Dinger machen auch so Bock irgendwie. Soundcheck im Tunnel, Leute. Oh, ich wäre fast auf das Geländer geklatscht. Alles gut? Ey, mit dem Sprung haben sie es hier alle irgendwie, ne? Solange die Karre nicht kaputt ist, geht es mir gut. Das war sehr weit, Alter. Aber so weit bin ich eben auch gesprungen. Du bist, guck mal, wo du hochgekommen bist. Und diesmal haben wir es drauf, Alter. Junge, hier sind so viele Fliegen. Leute, ich muss meine Brille aufsetzen. Oh, nö. Die ganzen Steinchen abbekommen. Leute, wir fahren jetzt in den Skatepark. Ein Disclaimer noch an der Stelle. Tut mir einen Gefallen, wenn ihr sowas macht. Dann macht es, ähm, während hier keiner ist. Keine Skater, nichts, keine Kinder. Damit ihr niemanden gefährdet. Und hinterlasst bitte auch keine schwarzen Spuren, keine Burnouts, nichts. Da wäre ich euch sehr dankbar. Denn das ist unfair gegenüber den Leuten, die hier eigentlich fahren. Macht es einfach nicht kaputt. Macht es nicht für andere kaputt. Das, was die hier Schönes haben. Oh, soll ich mal über eine Rampe springen? Wir waren hier schon mal früher. Schon ein bisschen länger her. Ist das geil. Machen die Dinger Spaß. Soll ich mal die runde Rampe hochfahren? Ich glaube, da werde ich bis ins Nirvana gepustet. Leute, der Sprung da hinten sieht mir ein bisschen adäquater aus. Wir probieren es. Kommt. Oh. Ah, scheiße. Leute, das hier müssen wir auch mal ausprobieren. Steilkurve. Oh. Kann ich die hier fahren? Oh. Soll ich mal den großen springen? Oh. Ich dachte, du springst. Den muss ich nochmal vernünftig machen. Meine Nuts. Ich muss mal hier rein droppen, Leute. Ich sollte, glaube ich, mal ein Video separat hier rüber machen. Oh, scheiße. Sollte ich lassen. Da setzt man auf. Leute, ich werde jetzt einen Astral Whip probieren. Ich glaube, das wird gar nicht spektakulär aussehen auf der Kamera. Oh, ich bin fast hingefallen. Leute, soll ich mal ein separates Video machen, wo man hier im Skatepark unterwegs ist mit der Suron? Leute, ich will mal das Circle Wheelies probieren, ohne den Fuß runterzumachen. Glaubt ihr, das kann nicht? Ich glaube, ich liege gleich unter dem Ding hier, aber zum Glück ist es nicht so schwer. Ich glaube, das war gar kein so schlechter Ansatz. Jetzt den Fuß hochnehmen Jetzt den Fuß hochnehmen Das ist mein Dream Trick Leute, die Sonne geht herrlich unter Ich glaube, es ist auch nicht mehr so lange hell Deswegen Leute, ich würde sagen, es war ein aufregender Tag Es hat gebrannt, wir waren im Skatepark Vieles gemacht, dann abonniert das Video und like den Kanal Damit wir uns nie wiedersehen Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal Leute Haut rein, bis dann, ciao